Hi meine lieben leute ja willkommen zu einem weiteren battlefield 1 video und wie ihr es hier seht wir anmelden bis zum zweiten mai und dann kriegt er zehn bailpangs geschenkt und ja das war die battlefield 1 info schon von mir und ja so da gucken wir mal eigentlich muss der trailer schon da sein ja bald sollte nämlich auch ein trailer kommen the wars end und der trailer ist schon auf youtube hochgeladen wurden und hier ist nur noch apokalypse ja aber leute ich wollte euch die info noch geben und ich sag dann damit und wir hören uns dann im nächsten video und ich spiele jetzt noch ein bisschen versorgungserwurf